Anlässlich des bevorstehenden österreichischen EU-Ratsvorsitzes präsentierte Verteidigungsminister Mario Kunasek die sicherheitspolitischen Schwergewichte und Beiträge des Bundesheeres. Wir haben hier zwei Schwergewichtssetzungen. Das eine sind Unterstützungsleistungen, die wir treffen im Rahmen des Flottenmanagements mit Fahrern, Chauffeuren, aber auch Assistenzleistungen, die entsprechend auch vorfallen können, nämlich für das Innenministerium, wo wir auch Kräfte bereithalten und natürlich auch im Bereich der Luftraumoperationen, wo wir auch zur Luft auch für Sicherheit sorgen. Und der zweite große Bereich ist der inhaltliche Bereich, wo wir auch im sicherheitspolitischen Bereich natürlich auch uns einbringen werden. Nämlich wenn es darum geht, Lösungen zu finden für die Sicherung der Außengrenze, als Beispiel, wo wir mit dem Assistenzeinsatzmodell, das es bereits seit Jahrzehnten auch in Österreich auf hervorragende Art und Weise gemeinsam mit dem Innenressort gibt, hier Lösungen zu finden, aber selbstverständlich auch Lösungen für den Westbalkan auch zu erarbeiten, wo ich ganz offen sage, das ist ein Bereich, wo man Stabilität und Frieden braucht. Nur dann kann es Stabilität und Frieden auch in Österreich und in Europa geben. Neben der Luftraumüberwachung gab auch das Kommando schnelle Einsätze, die Erstreaktionskraft des Bundesheeres, vor Journalisten in der Maria-Theresien-Kaserne einen kleinen Einblick in ihre Fähigkeiten. Das Kommando schnelle Einsätze ist ein Verband, den es seit eineinhalb Jahren gibt. Es ist ein Verband, eine Brigade, die so natürlich militärische Aufgaben zu erfüllen hat. Nichtsdestotrotz ist es ein Verband, der auch einen Auftrag hat, nämlich die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung. Sollte das benötigt werden, sollte es hier Anforderungen der Sicherheitsbehörden geben. Wir haben also verschiedenste Fähigkeiten in diesem Verband. Das beginnt von der Militärstreife, Elemente der ABC-Abwehrtruppe. Wir haben Pioniere, Infanterie, Aufklärung, Logistik-Elemente. Und alle können in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen, dass die EU-Ratspräsidentschaft sichergestellt werden kann. Das Kommando Logistik koordiniert das umfangreiche EU-Transportmanagement. Für den Einsatz im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft, 1. Juli bis 31. Dezember, werden hierfür von Porsche Österreich an die 160 Fahrzeuge gesponsert. Die Übergabe erfolgte symbolisch durch den Verteidigungsminister. Werter Art und Weise, ich bin davon überzeugt, dass es erfolgreich sein wird. Passen wir gut auf die Autos auf, aber natürlich auch auf die Insaus und auf die Fahrer. Österreich hat nach 1998 und 2006 das dritte Mal den Vorsitz über die EU-Ratspräsidentschaft. Das Bundesheer ist großartig vorbereitet. Es ist für uns nicht das erste Mal, dass wir eine Veranstaltung wie diese auch entsprechend abarbeiten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier es reibungslos funktioniert. Appelliere aber natürlich auch an alle, die hier eingesetzt sind, diese Verantwortung auch zu leben. Das Bundesheer auch darzustellen und Werbung im besten Sinne zu machen. Wir leisten viel und wir müssen es auch entsprechend darstellen. Deshalb freue ich mich auch auf die nächsten sechs Monate.